Zeit und Zuwendung braucht der Mensch. Ich bin eine grüne Dame am Zollern-Alp-Klinikum. Ja, wir gehen von Zimmer zu Zimmer auf den Stationen. Wir führen Gespräche mit den Patienten, nehmen uns Zeit, setzen uns ans Bett, wenn es gewünscht ist. Wir sind ehrenamtlich tätig hier in der Klinik. Wir sind im Grunde genommen Gäste des Klinikums. Und Hilfe natürlich für alle. Ich möchte einfach ein Stück zurückgeben von meinem Leben, dass es mir relativ gut im Leben gegangen ist. Und ein bisschen Freude und ein bisschen Glück rüberbringen. Zeit ist ja ein kostbares Gut und unser Faktor, unser wichtigster Faktor Zeit und Zuwendung für die Patienten. Viel Dankbarkeit kommt zurück. Der schönste Moment ist ein Lächeln. Im Gesicht, wenn ich Zimmer verlasse, wenn ein Lächeln rüberkommt vom Patienten. Das ist für mich persönlich der schönste Moment.